Kapitel 45 Alec Dragan Riddle und Aurora Liv Riddle Ich gebe es auf, sagte Harry und warf ein schweres Buch, welches er gerade durchgeblättert hatte, auf den Tisch. Ja, ziemlich aussichtslos, sagte Draco resigniert, er das nächste Buch aufs dem Regal zog. Ich meine nicht, dass es keinen Zauber gebe, aber die liegen alle weit über meinen Fähigkeiten. Wir müssen uns damit abfinden, ich werde wohl einfacher trinken. sagte Harry und versank tief in dem großen Sessel, der in der Bibliothek seines Vaters stand. Nicht zu melodramatisch, die werden dich schon nicht ertrinken lassen, sagte Draco lächelnd. Harry seufzte, stand auf und ging zu seinem Freund, der ein Buch über Pflanzen durchblätterte. Sanft legte er ihm die Arme von hinten um den Hals. Und wenn ich einfach nicht antrete? fragte er und vergrub sein Gesicht in Dracos Halsbeuge. Du weißt, das geht nicht. Du könntest reinspringen, kurz tauchen und dann aufgeben. Ja, super, nuschelte Harry und küsste Dracos Hals. Oder du hörst auf, mich hier verführen zu wollen und dankst deinem Freund, der hat gerade die Lösung gefunden, sagte Draco und hielt das Buch hoch. Harry griff irritiert danach und las. Dianthuskraut, Vorkommen Mittelmeerregion, Farbe Grau-Grün, Verwendung kann gekaut werden, ermöglicht das Atmen unter Wasser. Etwa eine Stunde, nicht gesichert, was Dauer angeht. Genial! Ja, sag ich ja, sagte Draco und schlang in seinen Arm um Harrys Hüfte. Dieser legte das Buch auf die Seite und starr sich ein Kuss. Also, was denkst du? Hat Cerus das in seinen Vorräten oder müssen wir ans Mittelmeer? Keine Ahnung, am besten wir fragen ihn. Und sind wir mal ehrlich, hat dein Vater uns die Bibliothek nicht quasi eingeredet? Ich wette, er hat das geplant, sagte Draco. Schatz, hier stehen an die zehntausend Bücher. Glaubst du wirklich, er ging davon aus, dass einer von uns genau dieses Buch findet? Er weiß, dass wir clever sind, sagte Draco und grinste. Im selben Moment ging die Tür auf und Cerus kam herein. Wer ist clever? wollte er wissen. Äh, wir? sagte Draco. Na dann, ich soll dich zum Abendessen holen. Was macht die Recherche? Wo du es schon ansprichst, du hast in deinen Vorräten nicht zufällig Dianthuskraut? fragte Harry zuckersüß. Cerus ruf überrascht deine Augenbraue. Aha, clever, so, so. Aber zu deiner Frage, ja, habe ich, und da du es selbst herausgefunden hast, überlasse ich es dir gerne, sagte Cerus nun augenzwinkernd. Danke, sagte Harry und schlang kurz seine Arme um den Mann. So, und nun kommt, sagte Dianthus und ging aus dem Raum. Gratulierung, das habt ihr gut gemacht, sagte Tom lächelnd und Cerus nickt zustimmt. Ja, danke, ziemlich knapp, immerhin fahren wir morgen zurück nach Hogwarts, sagte Harry und leerte sein Glas. Ja, apropos, habt ihr schon gepackt? wollte Tom wissen. Äh, kam es von den beiden Jungen? Also nicht, dann aber los, sagte der Mann und Draco und Harry erhoben sich. Ja, schon gut, nach der Nacht, nach Siri, sagte Harry und gab seinen Vätern einen Kuss, während er Cerus und Regulus zulächelte. Ja, gute Nacht, sagte Draco und schon waren die beiden verschwunden. Das hast du doch geplant, oder? wollte Regulus an Tom gewandt wissen, als sie alleine waren. Keine Ahnung, was du meinst, sagte dieser. Ich muss meinem Mann Recht geben, unmöglich, dass sie das Buch rein zufällig gefunden haben, sagte Cerus lächelnd. Sie sind eben clever, war Sirius ein. Ja, das habe ich heute auch schon gehört, aber egal. Das Jantuskraut ist sicher eine Lösung, allerdings... Allerdings was, Seth? wollte Sirius wissen. Die Pflanze findet man in Salzwasser. Wie lange die Wirkung in Süßwasser ist, mag keiner genau sagen. Dafür gibt es zu wenig Aufzeichnungen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass Harry es schnell schafft, das zu finden, was immer auch um sie wartet, sagte Tom nachdenklich und Sirius nickte seufzend. Ihr meldet euch sofort, wenn die Zwillinge da sind, sagte Harry, als er zusammen mit seinen Vätern und Draco am nächsten Tag am Bahnhof stand. Sicher, macht ihr keine Sorgen. Wir melden uns und sollte es länger dauern, dann sehen wir uns auf jeden Fall am 3. März, sagte Tom und strich seinem Sohn über den Oberarm. Das klappt schon, sagte dieser und umarmte Tom und Sirius ein letztes Mal. Bis bald, sagte Draco und stieg zusammen mit Harry in die Bahn. Das macht sie ganz schön fertig, oder? Wurde Draco wissen, als sie in einem leeren Abtei saßen und der Zug sich in Bewegung gesetzt hatte. Hm, sie dachten, es ginge alles schneller, sagte Harry nachdenklich, als die Abteitür aufging und Fred, Hermine, Blaze und George hereinkamen. Ha, gefunden, sehr gut, sagte Fred und ließ sich mit Hermine neben Harry nieder, während sich Blaze und George neben Draco setzten. Hi Leute, schön euch zu sehen, sagte Harry lächelnd. Und, wie lief es? fragte Draco und sah zu Blaze. Dieser hatte sich nach dem Gespräch mit seiner Mutter nicht gemeldet und Draco machte sich Sorgen, dass das kein gutes Zeichen war. Gut, wirklich gut, sagte Blaze lächelnd und drückte George Hand. Gut, er untertreibt. Seine Mutter ist der Wahnsinn. Sie hat ihn angeschrien, weil er nichts gesagt hat um mich, ich zitiere, Traummann, vor ihr verleugnet hat und dann noch die arme Hermine damit reinzuziehen, sagte George theatralisch und lachte. Blaze verdrehte die Augen. Ja, ja, Mai hätte ihn am liebsten gleich adoptiert, sagte Blaze und küsste seinen Freund. Siehst du, alles gut, sagte Harry grinsend. Und wie, ich glaube, sie planen schon unsere Hochzeit, sagte Blaze und sah zu George, der lächelnd nickte. Und was war bei euch noch so los? fragte Hermine. Na ja, wir haben endlich die Lösung gefunden, also für die neue Aufgabe, sagte Harry. Das ist doch toll, sagte die junge Frau. Sehr gut, dann kann ja für uns beide nichts mehr schief gehen, sagte Fred augenzweckend. Das heißt, du hast auch eine Idee, fragte Draco. Ja, schon eine Weile, aber ich bin noch etwas weiter im Stoff. Mach dir keinen Stress, Harry, wir schaffen das, sagte der Weasley. Ja, wenn du das sagst, sagte Harry und sah nachdenklich aus dem Zugfenster. Anfang Februar saß Harry am Tisch der Slytherins und aß sein Frühstück. Draco neben ihm stocherte reichlich blass in seinem Rührei. Schatz, komm schon, ich bring dich auf die Krankenstation, du siehst furchtbar aus, sagte Harry und strich seinen Freund sanft über den Rücken. Nein, geht schon, alles okay, sagte dieser matt und nahm einen Schluck Tee, wobei er das Gesicht verzog. Dre, Harry hat recht, du siehst aus wie eine Leiche und dein Keuchen heute Nacht kam sicher nicht, weil Harry so sexy ist, sagte Blaze. Witzig, Sabini, sagte Draco und hustete. Harry schüttete den Kopf. Hör mal gut zu, ich hab keine Lust, dass du jetzt auf Märtyrer machst. Es ist Samstag und wir haben keinerlei Verpflichtung. Wir gehen jetzt zu Madame Pomfrey und lassen dich behandeln. Noch eine Nacht neben einem Hochofen ertrage ich nicht. Ich sagte entschlossen, stand auf und zog Draco auf die Beine. Dieser schien keine weitere Gegenwehr leisten zu wollen und ließ sich von seinem Freund aus der großen Halle bringen. Es dauerte, bis sie im Krankenflügel waren, denn Draco kam nur langsam voran und wäre wohl einfach sitzen geblieben, wenn Harry ihn nicht gestützt hätte. Mr. Riddle, Mr. Malfoy, was ist geschehen? Madame Pomfrey kam auf sie zu und Harry setzte Draco auf einem der Betten ab. Er hat Fieber, hustet und ist nicht wirklich anwesend, sagte er dann. Draco ließ sich indessen auf das Bett sinken und schien sofort einzuschlafen. Die Mediehexe kam näher und ließ ihren Zauberstab über Draco wandern. Nicht erst seit gerade, würde ich sagen, sagte sie streng. Nein, er hängt schon seit zwei Tagen durch, sagte Harry besorgt. Ja, das dachte ich mir. Er hat einen ordentlichen Zauberschnupfen. Nicht gefährlich, aber in der Ausprägung dauert es zwei Tage, der wieder fit ist, sagte Madame Pomfrey und ließ ein Fläschchen erscheinen. Mr. Malfoy, Augen und Mund auf, sagte sie streng und legte eine Hand unter den Nacken des jungen Mannes. Dieser tat wie ihm geheißen und schluckte die Medizin. Er wird jetzt schlafen. Sie können heute Abend wiederkommen, sagte die Mediehexe dann. Harry nickte. Ach, und hier, sagte Madame Pomfrey und reichte ihm eine Fiole. Trinken Sie, damit Sie das nicht auch noch bekommen. Er klärte sie auf Harrys fragenden Blick. Dieser trank sofort. Danke, sagte er, trat zu Drake und küsste ihn auf die Stirn. Als er gerade gehen wollte, kam Sarah Snape herein. Alles in Ordnung mit ihm? wollte er sofort wissen, aber Madame Pomfrey nickte lächelnd. Zauberschnupfen, nicht weiter wild, aber verschleppt, also dauert es etwas. Er ist eben stur, versuchte Harry eine Erklärung. Schon gut, Harry, ich weiß, aber ich bin wegen einer anderen Sache hier. Komm doch kurz mit mir, sagte Sarah und Harry nickte. Die Zwillinge sind da, sagte er lächelnd, als sie vor der Tür standen. Harry wusste einen Moment nicht, was er sagen sollte. Wirklich? Ja, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt ein großer Bruder, sagte der Tränkemeister. Danke, aber kann ich Sie sehen? Deswegen bin ich hier. Ich bring dich ins Männer. Dumbledore weiß Bescheid. Eigentlich wollte ich euch beide bringen, aber das geht ja nun nicht. J will bloß heute Abend schlafen und er wird das verstehen. Natürlich, also komm, wir gehen. Sie liefen zügig in Richtung Hogsmeade. Es war klirrend kalt und der Schnee knirscht unter ihren Füßen. Ich hätte ihn schon gestern in den Krankenflügel schaffen sollen, sagte Harry nachdenklich. Er machte sich Vorwürfe. Draco war schon am Tag zuvor krank gewesen, hatte es aber heruntergespielt. Harry wollte, dass er zu Madame Pomfrey geht, aber sein Freund hatte abgewunken und Harry hatte sich gefügt. Blödsinn, rät dir das nicht ein. Draco ist stur und das war er schon immer. Da steht ja seinem Vater nichts nach, sagte Servers und klopfte Harry auf die Schulter. Wenn du meinst, ähm, seit wann sind denn die beiden da? Wechselte Harry nun das Thema. Seit gestern früh, aber deine Väter wollten sie erst mal beschnuppern, ehe ihr kommt. und du kannst jetzt schon sehen, wie sie sich verändert haben. Sie haben gestern bereits die Blutabbeziehung gemacht, erklärte Servers und Harry nickte. Nervös? fragte der Lehrer dann, als sie im Dorf angekommen waren. Hm, keine Ahnung, vielleicht tauge ich nicht als großer Bruder. So ein Quatsch. Servers legte dem Jungen beide Hände auf die Schultern. Du wirst das hervorragend machen. Alec und Aurora könnten sich keinen besseren Bruder wünschen. Du bist treu, selbstlos und mutig, mutiger als wir alle. Sie können viel von dir lernen. Sagte er und lächelte. Harry schluckte schwer und nickte dann. Danke, Servers. Immer. Und nun, bereit? Bereit. Sie landeten direkt auf der großen Freitreppe von Riddle Manor. Kaum hatten sie das Haus betreten, kam bereits ein lächelnder Regulus auf sie zu. Schön, euch zu sehen, sagte er und drückte Harry kurz an sich, als er es einen Kuss gab. Wo steckt Draco? wollte er dann wissen. Ist krank, Zauberschnupfen, er muss sich erholen, sagte Harry traurig. Aha, na, Kopf hoch. Er sieht die beiden noch früh genug. Wo sind sie? wollte Harry nun aufgeregt wissen. Im Kinderzimmer, mit deinen Vätern. Sie sind gerade erst aufgewacht. Die Nacht war unruhig. Nach der Verwandlung haben sie schlecht geschlafen und haben dann heute Morgen noch ein paar Stunden nachgeholt. Erklärte Regulus und lief voran in den ersten Stock des Hauses. Leise öffnete er die Tür, die direkt neben der von Sirius und Tom Schlafzimmer lag. Harry staunte nicht schlecht. Das Zimmer war groß und an den Wänden war ein Wald aufgemalt. Die Möbel waren ganz in Weiß gehalten. Tom Riddle hob gerade ein Kinn vom Wickeltisch, als er sich zur Tür drehte und seinen Sohn erblickte. Harry, sagte er und trat zu den Besuchern. Hey, Dad, ist das... Ja, das ist Alec. Alec, schau, das ist dein großer Bruder Harry, sagte Tom sanft. Hey, brabbelte der kleine Junge. Er hatte grüne Augen, wie die von Tom und ebenso kurz dunkles Haar. Seine Gesichtszüge waren die von Sirius, da war sich Harry sicher. Interessiert beobachtete der kleine Junge Harry, ehe er die kleinen Hände nach ihm ausstreckte. Er scheint dich zu mögen, sagte Tom und reichte Harry Alec. Zögernd hob Harry den Jungen auf den Arm. Alec krabschte gleich nach dessen Brille, aber Tom schüttelte den Kopf. Nein, Alec, das ist Harrys, sagte er und zog die Hand des Kindes sanft weg. Alec schien zu verstehen und nahm die Hand herunter. Stattdessen berührte er Harrys Fluchnarbe. Aua, sagte er. Nein, kein Aua, alles gut, Kleiner, sagte Harry und strich Alec über die Haare. Dieser grinst und legte den Kopf auf Harrys Brust. Du hast dir Sorgen gemacht, sagte Cervis nun und kam näher. Glückwunsch, Tom, sagte er und umarmte den Riddle. Danke, Cerv. Wo ist denn Ciri mit Aurora? wollte Harry wissen. Wändchen da, unsere Prinzessin brauchte erstmal eine Milch, kam es von der Tür. Ciri stand mit einem kleinen Mädchen auf dem armen Türrahmen. Auroras Haare waren kaum länger als die von Alec und ebenso dunkel, doch sie waren leicht gewählt wie die von Sirius. Ihre Augen waren genauso grün wie die von Alec und auch ihre Gesichtszüge glichen denen ihres Zwillingsbruders. Hey, schön, dich zu sehen, sagte Sirius nun und gab seinem Sohn einen Kuss auf die Wange. Ja, ich freue mich auch. Das ist also Aurora. Ja, ist sie. Komm, wir tauschen, sagte Sirius und nahm Alec aus Harrys Arm, sodass dieser nun Aurora nehmen konnte. Hey, Aurora, ich bin Harry, dein großer Bruder. Riri, brabbelte nun das Mädchen und griff nach Harrys Ohr, um dieses mit ihren kleinen Fingern festzuhalten. Das macht sie gerne, scheint sie zu beruhigen, sagte Tom und strich seiner Tochter über die Haare. Und die beiden gehören jetzt wirklich zu uns? wollte Harry wissen. Ja, Alec, Dragan, Riddle und Aurora, Liv Riddle sind unsere Kinder und deine Geschwister, sagte Tom lächelnd. Das sind schöne zweite Namen, sagte Harry. Ja, wir fanden sie passen und wir müssen ihr noch was sagen, begann Sirius. Ja? Beide sind Tagvampire, sagte Sirius. Wirklich, fragte Harry und betrachtete das kleine Mädchen in seinen Armen, welches nur am Daumen lutschte und sich offenbar sehr wohl fühlte. Ja, es ist ein großer Zufall, sagte Tom. Aber wie, also, was hat das für Auswirkungen? Keine erstmal, keine Sorge, ihr magisches Wesen wird erst mit etwa 15 Jahren sichtbar. Bis dahin sind sie ganz normale Kleinkinder und Kinder. Sie altern ganz normal bis zu diesem Zeitpunkt, sagte Tom und Harry nickte. Sie sind wirklich sehr süß, ich freue mich, sagte er. Ja, wir auch, auch wenn wir in den nächsten paar Jahren sicher nicht so viel schlafen werden, wie wir gerne würden, sagte Sirius und lachte. Elik schien das zu animieren und auch er lachte. Ein helles Kinderlachen, das alle ansteckte. Wo steckt eigentlich Draco? Gab es Streit? Wollte Tom irgendwann wissen. Nein, er ist krank. Er hat Zauberschnupfen und er soll sich ausruhen. Er hat es verschleppt, aber Madame Pomfrey hat mir einen Trank gegeben, damit ich nicht krank werde und jemanden anstecke, sagte Harry. Na dann, wir hätten dich gern länger hier, aber ich fürchte, die beiden lassen uns kaum Zeit für dich. Im Moment brauchen sie sehr viel Zuwendung, sagte Tom entschuldigend. Keine Sorge, Dad, ich verstehe das und ich will auch zu Draco. Er wird sich ohnehin schon Vorwürfe machen, weil das hier verpasst, sagte Harry. Na dann, machen wir ein Foto für ihn, sagte Sirius. Schaffst du beide? fragte er Harry. Ich denke schon, sagte dieser und nahm auch noch Alec auf den Arm. Schnell ließ Tom die Kamera erscheinen und machte ein Foto, welches sofort erschien. Sirius nahm die Kinder wieder auf den Arm und Tom gab das Foto an Harry. Es war wirklich gut geworden. Alec und auch Aurora sahen in die Kamera und selbst auf diesem einfachen Foto konnte man erkennen, dass sie mit Harry verwandt waren. Ich hätte sie wirklich ungern, aber ich habe heute Aufsicht beim Abendessen und für ganz Harris und Harry nickte sofort. Klar, ich komme. Ihr passt gut auf sie auf und also ihr kommt zur zweiten Aufgabe, oder? fragte Harry. Tom küsste ihn auf die Stirn. Natürlich kommen wir. Narcissa und Regulus passen auf die beiden auf, alles geklärt, sagte er. Das lassen wir uns nicht entgehen, sagte Sirius lächelnd. Macht's gut, wir sehen uns bald wieder, sagte Harry und küsste seine beiden Geschwister kurz, was diese kiechern ließ. So, dann los und lasst euch keine grauen Haare wachsen, feikste Sarus und grinste. Keine Sorge, sagte Tom und nahm Alec auf Sirius' Arm. Komm, ich bringe euch noch, sagte Regulus. Vor dem Männer küsste er seinen Mann in Nick. Komm bald wieder, raunte er. Sirius sah ihn eine Weile an, dann nickte er und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Regulus sah ihn unglaublich an, nickte dann aber zögernd. Ich liebe dich, sagte Sirius noch, dann verschwand er mit Harry. Was war das? wollte dieser wissen, als sie wieder in Hogsmeade standen. Sirius lächelte. Nun, ich habe ihm gesagt, dass ich nichts gegen Kinder einzuwenden hätte und wir uns bald mal darum kümmern sollten, erklärte er. Cool, wirklich? Ihr wärt tolle Eltern, sagte Harry. Danke und sag es nach keinem, okay? Nein, mach ich nicht und ich meine es wirklich ernst. Ja, wir hatten keinen guten Start, aber seither wüsste ich außer Dad und Siri keinen besseren Vater. Sarah stoppte und sah Carrie kurz an sich. Danke und also danke, sagte er gerührt. Immer. Draco erwachte mit Kopfschmerzen, aber allgemein ging es ihm besser. Er drehte den Kopf und sah Harry, der an seinem Bett saß und lächelte. Na, du Stuhrkopf, wieder wach? Hm, okay, du hattest recht, sagte Draco kleinlaut. Oha, da streiche ich im Kalender an. Hat Draco Mel vor mir gerade recht gegeben? Feigste Harry. Ja, ja, tritt noch auf mich, ich liege doch schon am Boden. Harry beugte sich über Draco und Kirstin sanft. Tut mir leid und leider ist deine Strafe noch nicht vorbei. Hier. Sag dir und reiche das Foto an Draco. Irritiert nahm dieser es. Sind das etwa... Ja, Alec und Aurora Riddle. Ich war heute dort mit Seth. Bei Salazar und ich hab's verschlafen. Ja, aber keine Sorge, du siehst die beiden noch früh genug. Sie sind beide Tagvampire, fügte Harry leise an. Echt? Wow, aber müssen sie jetzt... Naja... Nein, ihr magisches Wesen wird erst mit 15 Jahren sichtbar. Bis dahin sind sie ganz normale Kinder, sagte Harry. Echt cool und wie machen sich deine Väter? Super, als hätten sie nie was anderes gemacht, sagte Harry, als Draco von einem Hustenanfall geschüttelt wurde. Hier, trinken, hat Madame Pomfrey gesagt, macht aber wieder müde, sagte Harry und reichte Draco die Fiole. Nicht schlimm, bleibst du? Rutsch rüber. Es ist eh spät, mal sehen, wann sie mich rausschmeißt, sagte Harry und rutschte unter Dracos Decke. Ich liebe dich, sagte Draco gähnt und legte seinen Kopf auf Harrys Brust. Richtig auch, sagte dieser, aber Draco war bereits eingeschlafen. ich liebe dich, okay, wunderbar. Vielen Dank.